JOLI, TESHAVA! Und der mit der LoL, der jetzt kommt der LoL! LoL! Warum hab ich mich grad toppen, Girl? Wir spielen Cookies mit Meister Gamer. Where's Alvassai? Die kleine Ohre. Leute, wenn ihr fragt was Cookies ist, ich hab das noch nicht hochgeladen. Hier, sammeln hier... Kekse! Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Sammeln hier Kekse, teilen dir ein und machen den Toast groß. Was, ein Toastbrot? Ja, wir machen... Wir zahlen Cookies, nehmen das ein und haben dir Toastbrot. Wir machen Toastbrot. Hab ich grad verstanden. Und hier Leute, hier zahlen wir das dann ein, Bam! Hier könnten wir das im Prinzip einzahlen, aber wir sind klug und wir geben's nicht Ollis Papa. Weil Ollis Papa, der stinkt schon mal an, wie schmierig der aussieht. Wollen wir mal original die Taktik von Cookchok machen. Im Prinzip von Cookchok. Im Prinzip seine Taktik ist, wir holen uns 400 Cookies. Holen uns dann Schein. Und dann holen wir uns 50% im Shop und dann fangen wir richtig an. Mit Bauen. 50% Wo gibt's denn die hier? Bei der Hexe gibt's die, glaub ich, hier. Zack, zack, zack. Die bräuchten mal hier so coolere Logos irgendwie, dass man direkt... Weiß, zack. Oh, lol. Achso, hier, Rabatt. Das man direkt weiß, zack. Ich dachte einmal... Job. Ich muss dir ehrlich sagen, das hat sich hier jetzt nicht so gelohnt. Aber dafür kostet jetzt, unser Schrein kostet jetzt nur noch 210. Geil. Kleine Ohre. Jetzt holen wir uns nen Schrein und dann können wir anfangen. Ich hab beide wanted. Ich hab beide wanted. Einfach gerade geholt. Yo. Digga, da muss ich absolut los. Wir bräuchten jetzt mal unser Schrein irgendwie. Aber Gelb ist die ganze Zeit bei ihrem Schrein. Okay. Wir kriegen das hin. Gelb ist wieder nicht zu Hause. Doch, sie sind zu Hause. Scheiße. Aber egal, ich kann einmal richtig fett durchrennen. Bist du eigentlich, wenn du so private spielst, zurückgelehnt oder spielst du eigentlich immer so normal? Immer so normal. Zurückgelehnt. Irgendwie spiele ich schlechter, wenn ich so zurückgelehnt spiele. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich hab ein Schrein. Nur die Frage ist halt, wen juckt. Junge, wieso kostet eine scheiß Full-Lederrüstung so viel, Junge? Ja, weil die gibt uns... Weiß nicht, wo Lederrüstung ist? Echt, du willst noch ein Schrein machen? Keine Ahnung. Was machen wir? Im Prinzip haben wir genug sogar für zwei Schrein. Jo, da haben sie recht. Warte ganz kurz. Jetzt müssen wir mal ganz kurz auschecken, welche Teams... Gäbe ist was fertig. Echt? Wir brauchen TNT. Wir brauchen echt TNT. Oh Gott. Oh. Gäbe ist was fertig. TNT ist billig. Billig. Ne, doch nicht. Ja, egal. Ich hab eins. Die haben sogar dieses Upgrade mit Schnell-Node-Show. Da muss ich aber komplett los. Die sehen mich kommen. Die sehen mich. Ich hab's gesetzt. Ich hab's gesetzt. Leck's mir im Arsch. Ich setz gleich vier. Ach so. Oh shit. Digga. Iiiiiei. Gleich mehr. Gleich mehr TNT holen. Mehr TNT holen. Da muss ich absolut los. Das hat gar nichts gebracht. Nichts. Nichts. Die vier TNT haben nichts gebracht. Nichts, Digga. Das hat so schnell wieder aufgebaut. Oh fuck. Ich hole jetzt von deren Dorfbewohner hol ich mir jetzt TNT. Ich hab direkt wieder vier TNT mitgebracht. Wow. Digga. Die haben einfach schon gewonnen. Ja. Das ist ja auf uns konzentriert. Wir hätten mir die Gelben träumen sollen. Every night. I can feel my leg. And my arm. Even my fingers. The body I've lost. Jetzt sollst du auch von dem Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigst du es euch an. Ich dachte, jetzt kommt noch so eine Runde so brutzes Krab. Aber ne. Schaut bei MyTiger vorbei. Link in der Videobeschreibung. Hier. Das ist das originale Taschentuch. Ich schmeiß es an die Seite. Hot right. Macht's gut. Und tschau.